So Leute, willkommen zurück zu WarioWare Inc. Ähm, im letzten Part haben wir, der vor einer Minute war, ähm, ihr Wario, also das Intro und Jimmy abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum Monat Dribble und 9 Volt. Yeah! Äh, ja, voll toll. Ich hab jetzt noch nicht meine komplette Pizza gegessen. Ich hab gesagt, jetzt nach jedem Part esse ich ein Stück. Und, äh, das war der falsche Knopf. Entschuldigung. Eiskaffee. Jetzt hab ich Bock auf ein Eis. Scheiße. Okay. Let's go. Untertitelung. BR 2018 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 cool ich war gar nicht vorbereitet aber scheiß drauf nein nasentropfen ist doch auch was schönes ja game over ist ach das waschenspiel erneut natürlich ja natürlich danke für das leckere toast wenn das toast war ich denke schon ich meine was kommt sonst aus dem toaster der kleine finger ja so will man doch lächeln dankeschön busch cool nein was ich bin auf den art knopf gekommen ja ich komme immer zur hilfe leider wenn ich nicht schnell genug egal das kann denen auch jetzt scheißegal sein ja doch schon ist hier das noch hallo nein nein scheißvieh natürlich nein nein hallo es geht los ne so schwer ist es aber jetzt auch schubs cool jetzt ist es mein toast das ist ja leicht ich meine zähne sauber halten ist nicht schwer wenn man das jeden tag und grundlich tut ja jetzt jetzt hätte ich dich dankeschön so gefällt mir ist doch was ist das überhaupt ich keine ahnung warum hat mich die musik da gerade nur ein doktor kawashima genannt dieser kawashima ja oder das gehören schon gegen den so läuft es doch ich glaube das sind 20 oder 15 das war sogar noch nein nein und ich renne rein hallo cool ich habe das auge getroffen ja nein moment scheiße ich wusste irgendwas falsch cool gott ich dachte schon das verschwere also ja ja ich meine ja gott ein panda und noch ein panda und noch ein panda das war cool wow und nur süßer du hast gebracht und er spielt schon wieder star wars in force an licht zwei die ja dass das könnte ich einen bonuspart machte cool dass einfach eins da ist ja genau die ganze zwei spieler games kann ich da tun aber geht doch flüssig also ich meine es ist ein kleines spiel was einfach nur stumpf ist diamonds taxi ich wollte schon zettel sagen okay so Und wohin jetzt, Unkno? Ihre Stimme war wie Meeres. Dankeschön, Ju. Wegen dir konnte ich es nicht lesen. 10-4. Ihre Stimme war wie Meeresrauschen. Und es regnet. Ich bin persönlich ein sehr großer Fan von Regen. Regen im Auto. Oh Gott. Neulich war ja dieses scheiß Gewitter, wo es übelst viel geregnet hat. Das war grässlich. Nein, nein. Was noch? Das war noch. Cool. Das war dein Fuß, Mario. Sei keine Lusche. Es ist immer so mit diesem Klempner. Immer. Come on, come on. Was genau soll das gewesen sein? Ich hab keine Ahnung. Nein. Cool. Das hat sogar hingehauen. Ich bin erstaunt. Der Ninja. Ja. Hallo. Dankeschön. Das Come on erinnert mich wieder an Dicilia Feine Fantasy. Jacked. Jacked ist cool. Haha. Oh. Da war ja noch einer. Ich dachte, es geht schneller mit dem Starten. Hier war ein Abortlobe. 20. Oh. 20 Spiele. Ja. Das war ein wunderschöner Roboter. Lasst mich in Ruhe, ihr Bälle. Achso, nein. Ich soll den roten. Nein. Das ist mir gerade total entfallen. Entschuldigung. Heldenhaft von mir. Ich hätte einfach nur geradeaus. So ganz schnell mit Vollgas. So geradeaus weiter. Schade. Dauerfeuer. Das war glaube ich eine Anspielung auf Star Fox, oder? Also das gerade mit dem Schießen. Ich weiß es nicht. Ich habe Star Fox jetzt nie so intensiv gespielt. Star Fox Adventures soll gut sein. Ich bin ja eh so ein Fan von Gamecube Games. Und das hat gezählt. Auch wenn er dir eigentlich voll über den Fuß gelaufen ist. Ach, Geräus ist aber scheiße. Was immer das auch war. Ich habe keine Ahnung, aber es hatte Räder. Wieso muss ich gerade nur an LittleBigPlanet nehmen? Wo ich doch gerade bei PSP war. Also Dissidia und... Cool. Dissidia und ja. Das ist toll. Spiel! Letztes Mal war es unkno und da bin ich so ausgerastet. Ach ja. Komm her. Nein! Nein! Ein Kopf! Toll. Das war richtig heldenhaft von mir. Ach, ich kann mich auch bewegen. Oh. Ganz neue Möglichkeiten. Bälle. Und er spielt schon wieder Star Wars The Force an Licht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und ich. Wie ein ganz großer. Ganz schön. Das war jetzt anspruchsvoll. Helsenhaft. Was war hier überhaupt der Boss? Ich glaube, das hat ich... Oh. Oh. Lass mich hier. Dankeschön. Und der Spiel ist schon wieder da, wo es so vor sein liegt. Ach so. Ich bin das Männchen. Ich dachte, ich werde es lassen. Müsste die Männchen fangen. Ach so. Deshalb statt auch Ausweichen. Cool. Cool. Ja, der Goomba muss leiden und so. In dieser Aufnahme wurden keine Goombas verletzt. Hallo. Jetzt kann ich wieder Milch trinken. Für mich ist das Milch. Scheißegal, was es wirklich ist. Bis zu welchem Spiel geht das? 25. Oh. Der Bambus Ninja. Jetzt kommt der Boss. Was zum Teufel? Das, was ich nie verstanden habe. Cool. Nein. Du entkommst mir nicht. So. Dankeschön. Ich fühle mich hier gerade... Äh, wie in so einem Basken... Ach, stimmt. Du. Und er spielt Call of Duty Modern Warfare 3. Aber diesmal nicht so du-ju. Also, bitte. Ja. Also. Muss ich dem Typen ausweichen, oder was muss ich? Ach, ich muss ihn ins Loch lenken. Um mal aus die letzte Schlacht der Elfen zitieren zu dürfen. Da ist dein Loch, da musst du rein. Cool. Ja. Ähm. So, ja. Das ist jetzt voll... Äh. Nein. Ich muss an das extra... Komm. Scheiß. woran erinnert mich gerade die melodie die musik also ein bisschen habe ich gerade so das feeling von metroid keine ahnung wieso ja aber metrix auch so ein geiles game ich bin heute ja nur am ah lass mich so heute sind ja nur beim thema tolle games und so denn ich hätte auch gerade tolles game das game ist sehr toll cool das war's dann auch schon und schon wieder zwei in einem part geschafft finde ich gut dieses dieses das erinnert mich an auch ein tolles game fb haben nicht kassiert ich glaube er ist auch nicht viel bekommen und die haben ein soft als ich will auch ein software ist aber ich habe ja pizza cool boah hey und nur alles geschafft haben dich unterschätzt unterschätzt ok und noch ein minigame und als im nächsten part folgt dann 8 bit ja chicken rest 8 chicken rest ist toll ähm folgt dann 9 volt nicht 8 volt 9 volt gab sie irgendwann mal 8 volt oder so ne also im nächsten part folgt 9 volt ja blablabla ja bis zum nächsten part und so kennt ihr ja ciao